Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir sieben Aktien von der 10x Watchlist. Wir kommen zu Palantir. Aktuelle Marktkapitalisierung 16 Milliarden US-Dollar unprofitabel und ein Kursumsatzverhältnis von 8,5. Wir sind im langfristigen Palantir-Chart zurück bis zum IPO im Oktober 2020. Da ging die Aktie erstmal kurz zeitwärts im Bereich von 10 Dollar bis dann wirklich ein massiver Anstieg begonnen hatte. Bis ans All-Time-High der Aktie von ca. 45 US-Dollar. Und seitdem sehen wir aber auch einen brutalen Abwärtstrend bei Palantir am Tief, am All-Time-Low, was wir uns gleich anschauen. Diesen gesamten Bereich schauen wir uns gleich im Detail an. Dann hatte die Aktie 85% verloren. Auf aktuellem Niveau immer noch 82% Verlust seit den All-Time-Highs. Hier sind wir im aktuellen Bild der Palantir-Aktie. Wir sehen hier durchaus eine schöne Akkumulation. Müssen wir aber auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir zuletzt jetzt wieder ganz klar ein tieferes Hoch gesehen haben wie zuletzt. Aber wenn wir hier mal diese Distanz abmessen von der August-Rallye vom All-Time-Low bis zum Top bei ca. 11,60 Dollar, dann sehen wir das hier zuletzt bei exakt 7 Dollar, das 88er Fibonacci verteidigt wurde und die Aktie jetzt auch aktuell über dem 88er Fibonacci drüber ist. Hier sehen wir aktuell aber auch ein Gap im Kurs der Aktie. Schreibt euch das auch, zwischen 7,10 Dollar und 7,50 Dollar ist hier nach wie vor ein offenes Gap, was jederzeit nochmal geschlossen werden kann im Rahmen eines erneuten Backtests dieses 88er Fibonacci. Kurse unter, ganz wichtig, 7 Dollar wollen wir bei Palantir nicht mehr sehen, denn sonst kommt die Attacke auf das All-Time-Low und wenn das bricht, haben wir zur Downside wirklich nochmal aggressive Kursziele. Die 127er Extension aus der August-Rallye wären ca. 5 Dollar und das 161er Extension. Der goldene Schnitt zur Downside, das sind 3,20 Dollar. Da müssen wir wirklich aufpassen, da gibt es nochmal viel Downside potenziell. Wir sehen aber auch, dass wir hier übergeordnet in einem absteigenden Dreieck sind aus dem Top, aus dem April. Wenn wir das verbinden mit dem Top der August-Rallye, haben wir eine schöne Abwärtstrend-Situation. Wir waren hier im November kurz davor, diesen Abwärtstrend zu testen. Das sind hier in etwa auch die 8,50 Dollar. Das ist ein wichtiges horizontales Level und hier ist dann auch dieser übergeordnete aktuelle Abwärtstrend, der uns gut und gerne nochmal runterdrücken kann in Richtung der 7 US-Dollar. Hier potenzieller Doppelboden, das wäre ein sehr, sehr schöner Kaufzeitpunkt. Vor allen Dingen, weil das dann hier wirklich mehrfach Support ist. Aber haben wir bitte auch auf dem Zettel, wir haben aktuell, wenn jetzt hier ein lokales Top drin ist, nichts weiter gesehen als ein weiteres, tieferes Hoch. Das heißt übergeordnet hier ein Abwärtstrend, vor allen Dingen, weil wir jetzt zuletzt auch hier lokal und strukturell das Tiefste der Tiefs gesehen haben. Müssen wir ein bisschen aufpassen bei Palantir zur Downside. Vorsichtig sein, wir wissen auch vor allen Dingen, dass unprofitable Tech-Unternehmen derzeit überhaupt keine Liebe am Markt bekommen, nicht gesucht sind, nicht gefragt sind. Wir wissen auch, wenn neue All-Time-Lows dann erreicht werden. Wir haben es hier zuletzt gesehen, was für eine Kaskade das zur Downside auslösen kann. Da hatten wir ein gewaltiges Gap gesehen von 20%. Da müssen wir wirklich aufpassen. Da kann zur Downside dann viel passieren. Übergeordnet, langfristig bin ich nach wie vor von Palantir überzeugt, dass hier auch durchaus wieder mehr Musik reinkommen kann in die Aktie. Hier sind wir jetzt einfach in einer sehr volatilen Zeitwärtsphase, in einer sehr volatilen Akkumulationsphase, die durchaus, wo wir dann aufpassen müssen, zur Downside nochmal neue Tiefs bereithalten kann. Aber natürlich auch langfristig erste Käufe ermöglicht meines Erachtens. Der Ausbruch, der endgültige Ausbruch, dann über die 10,20 Dollar, wenn wir den erreichen. Das läutet meines Erachtens dann einen neuen Bullenzyklus bei Palantir ein. Wir kommen zu Berkshire Hathaway Marktkapitalisierung, 682 Milliarden US-Dollar und ein KGV von 20. Wir schauen uns den Berkshire Chart an zurück, bis in den Corona-Crash hier beim Pfeil links. Du siehst die herrliche Rallye vom Tief bei 160 US-Dollar bis zum Top bei 360 US-Dollar, also mehr als verdoppelt seit dem Corona-Crash, die Holding von Warren Buffett. Und wir sehen hier auch das schöne Tief beim 13. Oktober eben am Tief am Markt. Und wir sehen, die Aktie läuft sehr, sehr schön mit. Über 20% Performance, 20,3% seit den Tiefs jetzt hier übergeordnet. Schauen wir uns gleich noch an, welche Levels hier getroffen wurden. Ich wäre ein bisschen vorsichtig. Aktuell RSI fast überkauft. Hier kann noch ein bisschen was nach oben geben, aber wir haben hier durchaus interessante Levels getroffen. Dazu zoomen wir mal in den aktuellen Bereich rein. Wir sehen hier auch diese schöne W, diese schöne W. Achtet immer so ein bisschen auf so Wellenstrukturen. Vor allen Dingen, wenn dann wichtige Fibonaccis getroffen wurden. Wir messen hier die Geschichte mal ab, gehen zur Downside und sehen, dass die Aktie jetzt hier angekommen ist beim 88er. Fibonacci seit diesem signifikanten Top im Mai 2021 jetzt hier angekommen beim 88er. Fibonacci. Hier kann es jederzeit zu einer gewissen milden Korrektur kommen. Noch mal zurück auf die 200-Tageslinie zum Beispiel. Auch interessant, dass Berkshire bereits über seiner 200-Tageslinie steht, während der S&P 500 das noch nicht geschafft hat. Also technisch stärker aufgestellt als der breite S&P 500 aktuell. Und wenn wir die gesamte Downside abmessen bei der Berkshire Aktie, von dem Top bis zum Tief am 13. Oktober, dann sehen wir, dass wir jetzt hier genau am 50er Fibonacci anstehen. Und wir wissen, das ist eine wichtige Marke, wenn ein durchaus auch für den breiten Markt wichtige Aktie am 50er Fibonacci steht. Von der gesamten Downside hier entscheidet sich so ein bisschen, ist der Bergenmarkt hier vorbei für Berkshire? Also können wir hier wirklich ausbrechen? Entsprechend dann natürlich noch mal einen Rücksetzer erleben, aber übergeordnet eben deutlich steigende Hochs und steigende Tiefs ausbauen. Oder kommt es jetzt hier wirklich am 50er Fibonacci Nummer zu einer gewissen Korrektur? Wer hier investiert ist, macht es ja mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig. Aber gerade wer hier auch im Trading-Bereich unterwegs ist, kann hier meines Erachtens erste Gewinne mitnehmen. Wenn wir noch durchaus ein bisschen steigen, dann kann die Aktie auch noch die 325 US-Dollar anlaufen. Hier wäre dann das übergeordnete 61er Fibonacci seit dem All-Time-High. Dann hätte man wirklich ein gutes Indiz, dass der Bergenmarkt hinter uns liegt, weil wir dann eben mit Sicherheit noch mal eine gewisse Korrektur sehen. Aber auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine neuen Tiefs mehr sehen. Berkshire Hathaway, absolut toll am Performen. Und ich wollte die Aktie jetzt auch wirklich mal mitbringen, weil ich das für eine sehr, sehr spannende Aktie halte. Eben gerade wer tech-lastig unterwegs sein will, weil du ja weißt, hier ist sehr, sehr viel Apple drin, aber eben auch sehr, sehr viel Old Economy. Eine wunderschöne Mischung. Und meines Erachtens deckt diese Aktie auch viel ab, was man in einem breit diversifizierten Portfolio haben sollte. Aktuell ein bisschen heiß gelaufen bei Berkshire. Würde ich einen Dip abwarten. Sprechen wir natürlich auf dem Kanal drüber, wenn dieser Dip kommt. Schreib mir mal in die Kommentare, ob dich die Aktie interessiert, ob wir die gerne mal auch öfters besprechen können. Du siehst jetzt hier auch einen sehr, sehr steilen Aufwärtstrend. Sowas ist in der Regel nicht nachhaltig. Ich würde hier abwarten, denn wir sehen hier auch bereits eine schöne Struktur. Erste Welle, Rücksetzer, zweite Welle, Rücksetzer. Jetzt die dritte Welle, die kann gerne überschießen. Und dann kommt sehr, sehr gerne ein bisschen schärferer Dip, bis die Sache sozusagen wieder von vorne losgeht, wenn es ein nachhaltiger Aufwärtstrend ist. Berkshire ist sehr, sehr schön, technisch stark, gut aufgestellt, tolle Aktie. Wir kommen zu Amazon, aktuelle Marktkapitalisierung, 985 Milliarden US-Dollar und ein aktuelles KGV, laut Finvis von 92. Wir schauen uns den langfristigen Amazon-Chartern zurück bis 2016. Es ist nämlich wichtig, dass wir hier diesen übergeordneten Aufwärtstrend auf dem Schirm haben, der uns immer wieder schöne Berührungspunkte gegeben hat. In den letzten Jahren auch natürlich im Corona-Crash und 2018 in der größeren Tech-Korrektur. Perfekte Berührungspunkte. Zuletzt haben wir ihn hart umkämpft. Einige Wochen konnten stark steigen, haben den Rücksetzer erlebt. Aber jetzt müssen wir einfach anerkennen, dass dieser Trend gebrochen ist und auch mit Backtest vor allen Dingen hier bestätigt wurde. Wir schauen uns diese gesamte Situation hier gleich natürlich wie immer im Detail an. Aber wichtig, dass wir übergeordnet verstehen, dass bei Amazon hier ein langfristiger Trendbruch stattgefunden hat und dass wir nach unten jetzt durchaus vorsichtig werden müssen. Hier im Wochenchart sehen wir sehr, sehr schön, dass wir zuletzt an den Tiefs exakt das Corona-Tief backgetestet haben. Hier bei ca. 82 US-Dollar jetzt hier ein herrlicher potenzieller Doppelboden auf dem Corona-Tief. Aber vergessen wir bitte nie das Prinzip eines Impuls zur Downside, dem Korrektiv potenziell nach oben und einem möglichen weiteren Impuls zur Downside. Das nächste Ziel für mehr Downside sehe ich ganz klar im Prinzip hier an diesem signifikanten Tief von 2018 bei Amazon. Falls es hier wirklich nochmal weitergeht zur Downside, hätte ich Kursziele im Bereich zwischen 65 und 70 US-Dollar. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass wir bis Jahresende noch die 5000 Abonnenten knacken. Und jetzt schauen wir uns hier die aktuelle Situation im Tagesschatter an. Ich hatte immer wieder bei den Analysen darauf hingewiesen, wie wichtig die 100 Dollar sind. Die haben wir hier mehrere Wochen lang als Support getestet. Und schaut, was es gebraucht hat, um drunter zu stürzen. Ein Gap nach unten, was hier nach wie vor geöffnet ist zwischen 110 und übergeordnet, muss man sagen, ca. 100 bis 103 US-Dollar. Dort haben wir ein offenes Gap derzeit. Und die Aktie ist jetzt, und das müssen wir auf dem Zettel haben, wir ziehen uns hier die horizontale Linie bei 100 Dollar, was zuvor Support war. Wir kennen das Spielchen, kann jetzt hier und wird jetzt hier potenziell zum Widerstand. Vor allen Dingen, wenn wir das Konzept des Impulses zur Downside korrektiv nach oben, weiterer Impuls zur Downside berücksichtigen, eben die entsprechende Bärenfahne. Und deswegen setzen wir uns hier mal aktuell das Fibonacci drüber, um die Kursziele zu bekommen für die derzeitige Rallye. Und da sehen wir auch, dass das 38er Fibonacci bezeichnenderweise 99,50 Dollar sind, also die Schwelle über die 100 Dollar. Wenn die Aktie die rausnimmt, kann sie steigen bis 103, 109. Da kann sie potenziell auch stärker steigen in Bereiche von 114 bis 120 US-Dollar. Kann auch den übergeordneten Aufwärtstrend potenziell als Widerstand backtesten, eben an diese alte Supportzone ranlaufen. Dann haben wir das auf dem Zettel, aber auch ganz wichtig für mich, muss ich sagen, bis die Aktie wirklich diesen übergeordneten Aufwärtstrend hier zurückerobern kann, den ich euch im ersten Clip gezeigt habe und hier aus dem übergeordneten Abwärtstrend ausbrechen kann, werde ich vorsichtig bleiben bei Amazon. Natürlich ist es ein wichtiger und großer Player, aber es ist meines Erachtens auch unter den ganz großen Tech-Aktien, die Aktie, die den angeschlagensten Charter, wenn wir mal Netflix und Facebook beiseite legen, bin ich vorsichtig aktuell. Vor allen Dingen sehr, sehr vorsichtig sein, bitte unter 100 US-Dollar. Wenn sie da drüber springen, potenziell ein Backtest, können wir hier was probieren, stopp knapp drunter, weil dann die entsprechende Rallye auch durchaus fortgesetzt werden kann oder natürlich auch auf dem Corona-Tief eine langfristige Bärenfalle gesetzt worden sein, dass die Aktie dann wirklich im weiteren Verlauf deutlich steigen kann. Das müssen wir abwarten. Hier für einen frischen Einstieg jetzt direkt am Widerstand ist mir die Sache deutlich zu heiß derzeit. Wir kommen zu Alibaba, Marktkapitalisierung 184 Milliarden US-Dollar und ein KGV derzeit von 34. Im langfristigen Alibaba-Chart schauen wir uns hier zuerst mal folgende Situation an. Wir sind nämlich hier im Rahmen der harten Abverkäufe Ende Oktober auf die All-Time-Highs zurückgekommen in den Bereich von 57 US-Dollar, die wir zuletzt gesehen haben am 29. September 2015 und im Februar 2016 dort ein ganz knapp höheres Tief übergeordnet. Dort ist die Aktie zurückgekommen, steht aktuell bei 72 US-Dollar und es ist natürlich die Frage, bekommen wir eventuell sogar neue Tiefs bei Alibaba? War das hier eine nachhaltige Bodenbildung oder gibt es nochmal den Backtest der Lows? Darauf gehen wir jetzt im nächsten Clip ein. Und jetzt sind wir hier im aktuellen Bild der Alibaba-Aktie und wir sehen natürlich auf den ersten Blick diesen aggressiven letzten Abwärtstrend seit Juli und vor allen Dingen dann hier an dem Black Monday in China am 24. Oktober diese Kapitulation und seitdem baut sich hier natürlich ein gewisser Aufwärtstrend auf, aber da müssen wir jetzt wirklich vorsichtig sein, weil wir kennen das Spiel. Du hast den Impuls zur Downside korrekt tief nach oben eben in Form einer hier perfekt dargestellten Fahne und dann bekommst du eben sehr, sehr gern nochmal einen Impuls nach unten. Das heißt, Alibaba ist grundsätzlich sogar gefährdet, im weiteren Verlauf neue All-Time-Lows zu generieren. Wir haben seit den Tiefs jetzt eine Rallye gesehen von 27 Prozent. Das ist durchaus gut. Der RSI hat auch noch Platz nach oben, aber meines Erachtens muss jetzt da auch entsprechend was kommen. Am Donnerstag haben wir Earnings. Das heißt, in dieser Woche rechne ich noch mit hoher Volatilität bei der Alibaba-Aktie. Frisch hinterher springen würde ich tatsächlich jetzt eher nicht mehr. Für mich ist jetzt ein wichtiges Level und dazu gehen wir mal auf die aktuellen Fibonacci-Zonen, messen uns hier die Downside ab. Wir sind jetzt angekommen am 23er Fibonacci. Da muss die Aktie jetzt erstmal beweisen, dass sie drüber springen kann. Also, dass das hier wirklich eine Rallye ist und nicht nur, sage ich jetzt mal, eine Dead-Cat-Bounce. Also, dass die tote Katze hier nochmal springt und dann eben weiter abstürzt. Das muss uns die Aktie jetzt zeigen, dass sie hier steigen kann. Und dann kommen wir in die wichtige horizontale Zone zwischen 80 und 86 US-Dollar. Das war hier zuletzt im Mai signifikanter Support. Und wir kennen das. Was Support war, kann zum Widerstand werden. Dann potenzieller Abpraller, vor allen Dingen, weil hier dann auch das aktuelle 38er Fibonacci läuft. Das ist ein wichtiges Level hier bei ca. 83 US-Dollar. Wenn wir rauszoomen, sehen wir auch hier in der Vergangenheit wichtige Liquiditätszone. Und hier nochmal der entscheidende Backtest im Dezember 2016, bevor die Sache dann wirklich parabolisch wurde. Da muss die Aktie raus, dann spielt wirklich die Musik. Dann geht es hier vor allen Dingen auch in die aktuelle Golden Zone. Und seit dem signifikanten Top, seit der letzten Berührung der 200-Tageslinien, die Levels 83, 91 bis 100 US-Dollar. Dort würde dann die 200-Tageslinie auf uns warten. Da rechne ich dann Spätsistenz mit einer gewissen Korrektur, die man sich dann entsprechend anschauen muss. Alibaba grundsätzlich interessante Aktie. Aktuell technisch aber extrem angeschlagen, extrem unter Druck. Und wie gesagt, immer die Gefahr der aktuellen Bärenfahne. Und das Signal, auf das wir hier wirklich achten sollten, ist ein Ausbruch über das derzeitige 23er Fibonacci. Dann kann es nochmal steil gehen bei der Aktie. Kurse drunter oder dieses aktuelle Level würde ich hier eher nicht kaufen. Sondern dann hier, wenn wir uns wirklich schwer tun, jetzt auszubrechen und mit den Earnings dann nochmal runterkommen, eher einen Backtest der All-Time-Lows abpassen. Und das wäre hier potenziell dann nochmal ein sensationeller Long-Einstieg. Vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass die Aktie dann hier wirklich Stärke zeigt. Interessant. Alibaba sehr, sehr tief gekommen. Natürlich mit viel Potenzial nach oben. Aber chinesische Aktien generell natürlich auch politisch. und auch vor allen Dingen von der Undurchsichtigkeit der gesamten Materie durchaus kritisch zu sehen. Wir kommen zu NIO Marktkapitalisierung. 17,3 Milliarden US-Dollar unprofitabel und ein Kursumsatzverhältnis von circa 3. Wir sind im langfristigen NIO-Chart. Und es ist hier wichtig, dass wir vor allen Dingen eine Chartmarke auf dem Schirm haben, wo wir die Aktie auf keinen Fall drunter sehen wollen. NIO hat jetzt bei den letzten extremen Abverkäufen am chinesischen Aktienmarkt es geschafft, das All-Time-88er Fibonacci zu treffen. Das All-Time-Low der Aktie war hier im Oktober 2019 bei circa 1,18 Dollar. Das All-Time-High war im Jahr 2021 bei circa 67 Dollar. Und die Aktie ist jetzt den ganzen Weg hier zurückgekommen. Hat weit über 80 Prozent verloren. Und sich jetzt hier einen ersten Boden gesucht auf dem, exakt auf dem 88er Fibonacci. Diesen Bereich schauen wir uns wie immer gleich im Detail an. Und hier ist auch eine wichtige horizontale Zone. Hier im Jahr 2020 sind wir da drüber gesprungen. Per Gap hatten auch nie wieder den Kurs darunter angetestet. Hier dieses Gap ist jetzt geschlossen worden. Und hier auch aus der ersten Zeit der Aktie aus dem Jahr 2018. 2019 sehen wir hier durchaus wichtige Widerstände in diesem Bereich. Und das muss jetzt, diese Zone muss jetzt hier zum Support werden. Und die Aktie muss übergeordnet stark steigen. Denn wir sehen, dass wir hier noch in einem übergeordneten Abwärtstrend sind. Das heißt, wir sehen hier im großen Bild ein absteigendes Dreieck aus dem Support bei der 88er Fibonacci Linie und dem übergeordnet absteigenden Trend entsprechend. Und jetzt sind wir hier im aktuellen Bereich bei der NIO-Aktion. Ich habe jetzt hier auch schon mal mein derzeitiges Primär-Szenario eingezeichnet. Wir sehen hier diese herrliche Reaktion auf dem 88er Fibonacci. Wir hatten hier am 24. Oktober den kleinen Dip drunter im Rahmen dieser wirklichen Crash-Situation am chinesischen Aktienmarkt. Da hat NIO in einem Tag 17% verloren. War am Tief natürlich noch deutlich tiefer gestanden bei 8,40 Dollar. Das wurde gekauft und die Aktie hat seitdem auch das 88er Fibonacci nicht mehr angetestet, sondern akkumuliert hier und versucht hier entsprechend zu steigen. In der Regel sehen wir dann nach so einem 88er Fibonacci, das ist das Idealbild, eine scharfe Rallye ans 78er Fibonacci. Dort kommt die Aktie dann sehr, sehr gerne nochmal zurück und bildet eben den bekannten Doppelboden auf dem 88er Fibonacci. Die erste Rallye, glaubt er nicht, kommt nochmal zurück. Hier wäre der Große und meines Erachtens potenziell dann sogar langfristige Kaufzeitpunkt bei NIO. Denn es ist im Prinzip eine spannende Aktie. Keine Frage, hier hat eine massive Korrektur stattgefunden vom Top. Eins muss uns aber auch klar sein und dazu gehen wir hier mal kurz in die Historie der Aktie, die darunter stattgefunden hat. Der erste Support, den wir sehen, ist circa bei 6,60 Dollar, drunter bei 5,50 Dollar. Und wenn das wirklich brechen sollte, wenn die Aktie buchstäblich hier zum Sterben geht entsprechend, dann kann ich mir bei NIO auch deutlich tiefere Kurse vorstellen, weil die Bewertung ist noch durchaus sportlich unprofitabel. Das sind eben die Aktien, die dann aktuell gut und gerne nochmal richtig runtergeprügelt werden. Aber übergeordnet ist es sehr, sehr interessant. Die Chart-Situation ist interessant. Die potenzielle Zukunft von NIO ist auch interessant. Und wenn wir hier jetzt eine Rallye sehen und dann nochmal eine entsprechende Korrektur, seid euch sicher, dann haben wir die Aktie wieder im Video dabei und analysieren hier eben einen potenziellen langfristigen Kaufzeitpunkt bei NIO. Zonen für Gewinnmitnahmen für aktuell bereits Investierte sehe ich durchaus auch schon möglicherweise auf aktuellem Level gegeben. Hier ist nämlich das 23er Fibonacci aus der Abwärtsbewegung. Hier kann der Kurs potenziell wirklich drehen. Ich rechne aber durchaus damit, dass er hier auch Chancen hat, noch zu steigen. Ab 13,90 Dollar würde ich dann aber wirklich anfangen, Gewinne mitzunehmen. Hier ist die 50-Tage-Situation. Und wenn wir da durchsteigen sollten, kommt hier das 50er Fibonacci und auch gleichzeitig das eben angesprochene 78er übergeordnete Fibonacci und der Abwärtstrend. Also hier wäre dann für mich bei circa 15 Dollar definitiv die Zeit gekommen für größere Gewinnmitnahmen. Wir kommen zur Porsche AG mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 90 Milliarden Euro. Wir schauen uns den Porsche-Chart hier im 4-Stunden-Format dann zurück bis zum IPO der Aktie am 29. September. Wir hatten sie schon mal analysiert hier nach dem ersten starken Anstieg. Da hatte ich darauf hingewiesen, dass wir potenziell hier eine etwas schärfere Korrektur reinlaufen. Und die Aktie ist hier exakt bis zum 88er Fibonacci zurückgekommen. Wirklich perfekte Punktlandung, muss man sagen. Daraus ergibt sich jetzt aktuell ein potenzieller Aufwärtstrend, nämlich aus den Tiefspunkten vom Montag, den 3. Oktober und aus den Tiefs vom 11. Oktober. Die Linie sehen wir hier gezogen und aktuell hat Porsche dann sehr, sehr gut performt, muss man sagen. Knapp 30 Prozent Gewinne gemacht von diesem Korrekturtief am 11. Oktober bis zum aktuellen All-Time-Heide-Aktie bei 106 Euro am 1. November. Wir sehen jetzt hier aber klare Distribution und hier müssen wir jetzt vorsichtig sein, denn den gesamten Anstieg lang war das Volumen, wir sehen es hier unten, sehr, sehr dünn im Vergleich zu der ersten Phase. Das heißt, man muss hier aufpassen, die Aktie ist meines Erachtens hier ein bisschen überbewertet derzeit. Ich rechne hier durchaus damit, vor allen Dingen, wenn diese aktuelle Dreiecksformation hier zur Downside gebrochen wird, dann können wir von einer schärferen Korrektur ausgehen. Kursziele sehe ich dann eben natürlich erstmal im Bereich der aktuellen Goldens und mein nominelles Kursziel wäre potenziell hier 91 Euro und 10 Cent für die Aktie. Das wäre hier auch in etwa mit dem 911-Schema bei Porsche ja sehr gut passend und das ist tatsächlich das aktuelle 61er Fibonacci und wäre ein Backtest von dem übergeordneten Aufwärtstrend. Porsche würde ich aktuell hier bei 100 Euro nicht nachkaufen, sondern würde mir hier wirklich einen gewissen Dip anschauen, die kann auch übergeordnet ein bisschen schärfer abkorrigieren, keine Frage. Grundsätzlich finde ich es aber eine spannende Aktie fürs Depot, überlegt mir auch selber ein paar, mir wirklich hinzulegen und einfach liegen zu lassen, weil es einfach auch ein absolutes Traditionsunternehmen ist. Nur der Vollständigkeit halber, das 78er Fibonacci läuft derzeit bei 87 Euro und wenn es nochmal ein tiefer Dip wird, so wie nach dem ersten Anstieg, dann kommen wir runter Richtung 85 Euro. Hier läuft nämlich das 88er Fibonacci. Seid vorsichtig vor allen Dingen, schreibt euch auf, wenn die 99 Euro brechen, wenn Porsche, kann man sagen, unter 100 Euro bricht, dann bricht diese Struktur hier oben und dann kommt der schärfere Dip eben in die Golden Zone. Das Ziel für den perfekten Rücksetzer sozusagen wären die 91 Euro und 10 Cent. Der Vollständigkeit aber noch kurz die Ziele nach oben und dazu schauen wir uns hier einfach mal auch an, wie man sowas abmisst und zwar siehst du hier das All-Time-High bei der Aktie. Dort setzt du deine Eins, also den Ankerpunkt, gehst runter ans Tief der entsprechenden Korrektur und hast somit deine Range und du siehst auch, dass die Aktie dann im weiteren Verlauf hier exakt am 61er Fibonacci abgeprallt ist und deswegen wäre jetzt eben hier die ideale Struktur zur Downside, die Bärenfahne und dann hier die Korrektur in diesem Bereich. Wenn sich die Aktie aber doch entscheidet, dafür zu steigen, denn wir sehen natürlich nach wie vor steigende Tiefs, keine Frage, aber halt eben auch fallende Hochs, deswegen ist hier eine gewisse Keilformation eben dann gegeben und wenn die nach oben aufgelöst werden sollte, vor allen Dingen, wenn die Aktie über die 103 Euro steigt, dann steigt sie erstmal wieder in den Bereich der All-Time-High potenzielle Doppeltop-Gefahr. Wenn sie da drüber geht, kann sie steigen in Richtung neuer All-Time-Highs im Bereich von 109, 112 und 116 Euro. Wir kommen zu AMD, Marktkapitalisierung 110 Milliarden US-Dollar und ein KGV von 43. Wir schauen uns bei AMD zuerst mal den langfristigen Chartverlauf an, zurück bis 2018. Es ist nämlich wichtig, dass wir diesen Aufwärtstrend auf dem Schirm behalten. Aktuell, den hat AMD zuletzt hier in dieser scharfen Korrektur, den gesamten Bereich, schauen wir uns gleich noch im Detail an. Auf jeden Fall sind wir drunter gebrochen. Dort haben wir die Aktie analysiert und sind darauf eingegangen, dass wir zwischen den 60 und den 70 Dollar hier lediglich eine senkrecht Rauflinie hatten, die sie nochmal senkrecht runter ausgekontert hatte und wir deswegen sehr, sehr schnell auch wieder entsprechend steigen können bei der AMD Aktie. Genau das ist passiert, darauf kommen wir gleich im Detail zu sprechen, aber haben wir das wirklich auf dem Zettel? Die Aktie ist jetzt wieder über ihrem aktuellen und damit wieder gültigen langfristigen Aufwärtstrend. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass definitiv dein Like da und kommentiere auch sehr, sehr gerne unter dem Video. Damit kannst du nämlich aktiv die Reichweite erhöhen. Und jetzt schauen wir uns hier den Bereich zwischen den 60 und 70, 75 Dollar mal im Detail an. Wir sehen hier wirklich im Jahr 2020 eine senkrechte Linie nach oben. Auf dem Weg nach unten hat die Aktie zuerst versucht, den Trend hier zu verteidigen, ist hier sogar gebaunst, aber du kennst das. Impuls nach unten, Korrektiv nach oben, nächster Impuls zur Downside. Seitdem hatten wir eine herrliche Bärenpfanne, die sich auch gut ausgespielt hat. Jetzt hat die Aktie konsolidiert bei den 58 US-Dollar sehr, sehr schöne Bodenbildung. Und wir kommen in diese parabolische Rallye, die wir gleich noch im Detail kurz besprechen werden. Und auch wo die aktuellen Kursziele liegen und ab wann wir bei AMD definitiv vorsichtig werden sollten. Und jetzt schauen wir uns hier die aktuelle Situation an bei AMD. Und wir sind jetzt hier in einer wichtigen Zone für mögliche Gewinnmitnahmen. Wenn wir nämlich rauszoomen, dann sehen wir, dass hier in dieser Zone zwischen 72 und 75 Dollar wichtige Supports waren im Jahr 2020, 2021. Aber auch zuletzt hier im Jahr 2022 im Juli massiver Support. Und da sind wir jetzt angekommen und ihr wisst, was zuvor Support war, kann dann entsprechend zum Widerstand werden. Korrektur wäre die Folge. Ein Dip, darauf kommen wir jetzt zu sprechen, in den Bereich zwischen 68 und potenziell sogar nochmal 63 Dollar. Wäre sehr, sehr schöner Nachkaufzeitpunkt, weil hier übergeordnet seit dem 2018er Tief dann das 61er Fibonacci liegt. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder über wichtigen, potenziellen, auch langfristigen Supports. Das heißt, ein Dip zurück in Richtung der übergeordneten Trendlinie. Die sehen wir hier im Bild. Da machen wir sie gerade nochmal ein bisschen dicker. Die kommt hier ins Bild. Das ist definitiv jetzt gesund für die Aktie. Hier nochmal ein Rücksetzer in den Bereich. Gerne nochmal ein leichter Dip drunter. Bärenfalle und dann gehen wir die nächste Welle nach oben. Was natürlich auch kommen kann, darauf müssen wir bereit sein, wenn die Aktie jetzt hier ausbricht, wenn der Nasdaq natürlich auch noch weiter steigen kann. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, eben die gehört nach wie vor zu den Top-Performern, wenn der Markt Stärke zeigt. 37 Prozent von den Tiefs. Sehr schöne Rallye und kann natürlich jetzt hier auch noch fortgesetzt werden. Muss man ganz klar sagen, in die Golden Zone hinein. Das 50er Fibonacci kommt in etwa bei 80 US-Dollar. Dort würde ich absolut erste schärfere Gewinne mitnehmen. Und richtig Gewinnmitnahmen würde ich bei 86 US-Dollar machen. Hier sehen wir auch lokale ehemalige Supports. Dort kann die Aktie dann auch abprallen. Hier auch einen sehr, sehr starken Pivot-Punkt aus dem Jahr 2021. Schön gelaufen. AMD ist sehr, sehr schön. Vor allen Dingen für die Leute, die dabei waren im Video, wo wir die Aktie in den Supports besprochen haben. Frisch hinterher springen würde ich jetzt nicht mehr. Wir warten auf Rücksetzer, um entsprechend nachzukaufen. Kurse unter 63 US-Dollar, also unter dem übergeordneten 65er Fibonacci und unter dem Aufwärtstrend. Und auch unter diesem kurzfristigen Akkumulationstrend. Die wollen wir nicht mehr sehen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10-Nex Trading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du jederzeit Anfragen an mich stellen kannst für Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.